Hallo, ja, nochmal einen schönen guten Abend da draußen an den Endgeräten und an alle, die hier Pokémon sehen wollen oder auch nur mich oder, keine Ahnung, Langeweile haben oder so, ich weiß es nicht. Guten Abend erstmal euch allen da draußen an den ganzen Endgeräten im Internet, wo auch immer zuguckt, ob Tag, ob Nacht, ob auf dem Klo, im Bett, in der Küche, im Wohnzimmer oder beim Duschen, keine Ahnung. Ja, herzlich willkommen, ein bisschen ruhig ist es um mich gewesen, zumindest nur für drei Tage, auch ein bisschen was anderes, aber ihr wisst ja, diese Welt schickt sich gerade ja selbst in Richtung Abgrund. Und oh Gott, die fängt wieder an, das ist nicht gut. Wisst ihr was, ich hab da auch so langsam keinen Bock mehr drauf, so ein bisschen drüber zu reden, weil das hat so oder so an sich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, keinen Sinn mehr, so großartig darüber zu reden. Weil, wir haben es ja selbst in der Hand und im Moment geben wir das ja wieder irgendwie ziemlich in beschissene Hände, meine ich ja nur so, liebe Grüße geht nach Sonneberg. Ich hab ja davon kaum was mitgekriegt und wenn ich das irgendwie zu Hause mitgekriegt hätte, ich glaube, ähm, ich glaube, das wäre nicht gut genug, gut für mich gewesen. Ja, ich kann es so offiziell sagen, wie es ist, ich habe was gegen die AfD und ich darf das sagen, ja, weil wir in einem Land sind, was die Meinungsfreiheit deckt. Ja, die AfD sagt ja auch, was sie will. Ja, aber beleidigt halt auch mit dabei und eine Beleidigung ist keine Meinungsfreiheit. Ja, ist ein bisschen fehl am Platz, deswegen lasse ich es auch sein. Ich sage nur so viel, ähm, ich werde darüber heute nicht sagen wollen. Wer mir da mit im Chat kommt, wird für den heutigen Stream gesperrt. Genauer gesagt, kriegt ihr halt ein Timeout, bis der Stream vorbei ist. Und wenn mich dann doof über den PN anmacht oder so, den bann ich. Ja, den bann ich und wenn ich die Möglichkeit habe, gibt es eine Anzeige, wenn es eine Beleidigung ist. Äh, die Anzeige geht dann aber auch, also wie gesagt, ähm, im Moment, wenn man wirklich seine Meinung, wenn man wirklich sagen will, ich mag die AfD nicht, das sind doofe Menschen, ne, weil ich es ja einfach nicht, weil ihre Ideologie, äh, eine ist, die uns schon einmal ins Verderben gebracht hat. Und die halt einfach nur mit einer neuen Tapete quasi überdeckt wurde. Ähm, und ich werde dann beleidigt und wenn ich sogar Morddrohungen kriege, dann kann ich auch dann die anzeigen, die dafür verantwortlich sind, ne. Gut, ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Ich wünsche es niemanden. Aber es gibt hoffentlich auch Menschen, die darüber auch gerne ganz in Ruhe diskutieren wollen. Wenn ihr das gerne machen wollt, können wir es gerne hier im Stream machen. Ich biete dafür die Plattform gerne an. Aber heute, meine Freunde, spielen wir Pokémon. Ja. Deswegen habe ich auch dieses schöne T-Shirt an. Das Problem ist leider, das Motiv ist schon so langsam weg, ne. Das Gengar sieht man schon nicht mehr. Wenn ich so drauf gucke, denke ich mir, es existiert gar nicht mehr. Aber nun gut, wenn man es so von, ne, wenn man sich so das anguckt, dann sieht man das natürlich noch. Das Gengar sieht man schon gar nicht mehr. Das Relax, so sieht man noch. Mautzy ist auch schon langsam weg. Mewtwo ist noch da. Und der ganze Rest ist hinter Mikrofon, ne. Okay, hier auch schon so langsam, so ein bisschen. Naja, ich habe ja noch ein zweites Shirt. Das hätte ich eigentlich anziehen können, ne. Naja, ich habe es heute das genommen. Ja. Und für die, die es wahrscheinlich nicht interessieren oder noch interessieren wollen, will, äh, wollen, will, will, äh, was habe ich denn eigentlich die vergangenen Tage gemacht? Ja, ich habe mal einfach mal ausgespannt, Freunde. Ich habe mal einfach mal nichts gemacht. Gut, ich war auch nicht zu Hause. Ich bin bei Freunden gewesen. Bei meinen besten Freunden. Bei meinen wirklich besten Freunden, ne. Haben kein Uso getrunken. Aber, äh, es wurde Geburtstag gefeiert. Zwei Stück sogar. Habe ich mich auch sehr drüber gefreut, dabei zu sein. Und, ähm, mal einfach mal diese Streaming-Geschichte mal einfach mal hinter mir zu lassen. Auch wieder eine gute, äh, auch wieder eine andere beste Freundin gesehen, ähm, die im Übrigen bald heiraten wird. Liebe Grüße an dieser Stelle solltest du und solltet ihr das Brautpaar, was ja letztes Jahr standesamtlich, jetzt dieses Jahr richtig heiratet, äh, so kirchlich heiratet. Und, äh, man kann es so sagen oder so. Also, ich bin ja noch ein Mann der alten Schule. Ich möchte im Übrigen kurz sagen, ich werde in zweieinhalb Wochen 34, also, ja. Geschenke gerne an waldieterjo.tv.de, wenn möglich. Ja, meine Lieben, ähm, wir starten durch mit Pokémon Schwarz 2, würde ich sagen. Äh, um auch ein bisschen Resümee kapitulieren zu wollen. Da gehe ich mal ganz kurz auf derjo.tv.de. Es gibt ja eine Games-Live-Sektion, unter anderem bei den Videos, für die, die, wie gesagt, nicht live an den Sessions, äh, mit dabei sein können. Äh, empfehle ich das euch natürlich sehr gerne, könnt ihr hier drauf gucken und dann könnt ihr auch natürlich gucken, wann war das letzte Mal Pokémon Schwarz. Das war am 14.06., also gut 14 Tage, guck mal, weil ja immer im, äh, wöchentlichen, im zweiwöchentlichen Rhythmus, nächste Woche ist ja wieder Pokémon Let's Go Pikachu, danach wieder Schwarz 2, also in zwei Wochen erst, also vor meinem Geburtstag quasi. Und da haben wir ja dann, ähm, den zweiten Orgen gemacht, in der Einall-Region, nachdem wir ja, ähm, so ein bisschen unsere Pokémon trainiert haben und es hat ja auch gut funktioniert, hat alles gut geklappt. Ne, könnt ihr euch natürlich dann hier nochmal angucken auf derjo.tv.de und findet ihr dann natürlich auch auf dem YouTube-Kanal, äh, derjo.tv.games, nämlich. Ähm, und, ja, da könnt ihr gerne dann, wie gesagt, mal reinschauen und ein Abo hinterlassen, auch hier gerne ein Follow hinterlassen für die, die neu hier dazugekommen sind und, äh, auch gerne, wie gesagt, hier zuschauen möchten. So, ich richte mich jetzt mal ein bisschen ein, weil das wird ja jetzt ja so in die Richtung gehen, hier, guckst du, guckst du, lachst du, weinst du, wie auch immer. Ich kann ja schon mal auf die Szenerie gehen, ne, ist noch gar nichts eingestellt, meine Lieben, ist noch gar nichts eingestellt. Und jetzt ist alles eingestellt. Und wir legen los. Ja, wir werden natürlich, wie gesagt, ja weitermachen. Ich habe ja eigentlich mir auch ja noch vorgenommen, ähm, eventuell, äh, in dieser Zeit noch irgendwann mal einen, ähm, 12-Stunden-Stream zu machen. Oder einen 15-Stunden-Stream so langsam in Richtung, äh, derjo.tv-Geburtstag. Ist ja, ist ja in vier Wochen schon soweit. Derjo.tv wird ja stramme 15, als Hobbyprojekt 15 Jahre lang das zu machen. Da muss man schon wissen, was man erreicht hat und was nicht. Ja, so, gehen wir weiter durch. Natürlich will ich das deaktiviert haben. Und dann starten wir auch hier durch. Wo sind wir denn eigentlich das letzte Mal gewesen? Es ist jetzt hier Sommer, so wie es ausschaut. Und wir stehen am Stratos-Tor. Äh, wir sind ja in Stratos-City gewesen. Ähm, um das noch mal kurz zu rekapitulieren. Ihr seht die Karte unter mir. Ähm, um natürlich noch mal so zu vergewissern, wo was ist. Das ist der obere Screen. Das ist der untere Screen vom DS. Ihr seht neben dem oberen Screen, rechts von euch, unter dem Games-Live-Logo quasi, seht ihr die ganzen Orden. Es sind, ich hab zwei gesagt, ne? Es ist der dritte Orden im Übrigen. Ne? Nicht, äh, der zweite. Und unter dem, so quasi in der Mitte ungefähr, neben dem Pokémon-Schwarz-2-Logo, findet ihr das aktuelle Team. Gehen wir gleich auch noch darauf ein. Im Moment befinden wir uns quasi auf Route 4, ne? Wo unter anderem, ähm, viel gebaut wurde und viel Neues mit dabei ist. Dann schauen wir jetzt mal auf unser Pokémon-Team, wo wir auch, ähm, so gewisse neue Dinge nämlich haben. Wie zum Beispiel, Svotrovin auf Level 22, Vati auf Level 21, Lucario auf Level 23, Navitab auf 23 und Fukano auf Level 24. Vor allem Fukano und Navitab haben ja eine ganze Menge getan. Yorclef Level 11 ist nur dabei, weil es mit Name kann. Ne? Schön immer Items fahren. Das ist immer gut. Bin ich immer ein Fan von. Warum auch nicht. Ja, und dann wollen wir mal weiter, weil wir haben ja hier in der Route, ähm, viel gekämpft. Und ja, diese Frau hier, die will immer kämpfen. Die will ja immer kämpfen, ne? Und das ist ja immer so, so eine Sache, wo ich mir, ich muss mal gerade ganz kurz was einstellen. Es ist doch ein bisschen zu laut, wie ich es mir denke. Geradewegs, äh, weil auch mein Mikrofon ein bisschen anders heute wieder eingestellt ist. Und, ich wollte leiser machen und es ist wieder lauter geworden, ne? Ich kann auch ins Mikrofon schreien, nein. So. Die Züchterin Cora, die hier mit ihren Pokémon unterwegs ist. Ich kann auch vielleicht mal für mich hier ein bisschen leiser machen. Dann rede ich aber auch nicht automatisch so laut. So, dann wollen wir mal. Ne? Gehen wir dann mal los. Ja, komm hier. Das ist ja Rotomurf. Da können wir ja auch wieder mal ein bisschen... Ich mag meinen Controller heute nicht. Ich habe ja eigentlich in den vergangenen Tagen meinen Controller mitgenommen, wo ich unterwegs war. Aber ich habe eigentlich vermieden, mit dem zu spielen. Ne? Aber ich kann halt leider meinen Switch-Controller nicht anschließen. Und ich habe eigentlich auch, so gesehen, keinen Bock auf meinen Xbox-Controller. Weswegen ich dann bei meinem Drittanbieter-Switch-Pro-Controller bleibe. Dessen A-Taste nicht will. Ne? So, das hat viel gebracht. Sehe ich gerade. Nämlich gar nichts. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ne? Das hört man wirklich, ne? Aber ich weiß, was ich ja machen muss. Ha! Ein bisschen Desinfektionsmittel. Ne? Und dann flutscht die Tasche schon mehr. Dann sollte ich beim nächsten Mal einfach mal Fett reintun. Öl oder sowas. Dann flutscht es mehr. So. Liebes Meryl. Guck mal. Jetzt flutscht es besser. Guck mal, ne? Immer schön Desinfektionsmittel rein. Ich treffe damit auch die Platine. Das ist klar. Und so. Aber jetzt geht es so einigermaßen. Das finde ich gut. So. Damit haben wir sie jetzt wieder zum x-ten Mal besiegt. Wen haben wir hier? Wer hätte das gedacht, dass es sich dabei um das Pokémon Castellit handeln würde? Wenn du dich für das Pokémon Castellit interessierst im Wüstenressort weiter vorne, findest du hier eine Menge davon. Ja, denn hier waren für die, die es mitbekommen haben, so ein paar Pokémon, die Castellit heißen. Und die waren hier mal einfach mal. Und hier ist ja jetzt auch eine ganze Menge anders für die, die Schwarzzweine gespielt haben. Da bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Oder auch nicht. Oh, wir können hier reingehen. Das ist ja schön. Also mir ist ja die Initiative bei einem Pokémon das Wichtigste. In diesem Sinne hast du ein Pokémon dabei, dessen Initiative höher oder gleich 61 ist. Ist schon okay. Die Initiative ist ja nicht alles bei einem Pokémon. Aber heute würde ich echt gern eins mit einer Initiative von mehr als 61 sehen. Hat das niemand meiner Pokémon? Ich gucke mal gerade mal nach. 40, 31, 49, 43, 37. Ja gut, achten. Das ist gar nicht. Das, was hier wieder mal verlangt wird, ne? Also mir ist jeder Angriff bei einem Pokémon das Wichtigste. Na gut, der verlangt nix, ne? Das ist schon mal wieder eigenartig. Ich bin ja eigentlich hergezogen, weil ich gehört habe, dass die Gegend noch weiter ausgebaut wird. Ja. Ich finde es toll hier. Stratos und Rayonu City sind ganz in der Nähe. Das ist sehr praktisch. Weil die Bauarbeiten nicht pünktlich beendet werden, hängen jetzt hier jetzt solche Typen rum. Ja. Denn als ich ja mal Pokémon Weiß mal im Let's Play gespielt habe, da war hier alles noch Baustelle, ne? Das war hier alles dann noch schön mit Sandsturm und alles. Jetzt geht es ja so einigermaßen, ne? Ich möchte gern mein Lilimp gegen dein Waumball tauschen. Habe ich überhaupt einen Waumball? Ne, nicht mit habe ich es nicht. Verstehe. Dann vielleicht das nächste Mal. Ja, ja, ja. Sandstürme können einem übel zusetzen. Aber es scheint, dass Pokémon vom Typ Gesteinbogenstahl im Sandsturm keinen Schaden nehmen. Oh, der hat einen Kiesling. Also keinen... Oh, das heißt dann, bei sowas würde ich dann Lucario einsetzen wollen. Wenn ich mich einsam fühle, muss ich nur die großen runden Augen meines Pokémon schauen und die Traurigkeit verfliegt. Oh, er hat auch ein Kläfferchen. Ja, die sind ganz niedlich. Und ich habe eine Großlinse gefunden. Okay, was macht die Großlinse? Hallo. Schauen wir mal in unsere Items rein. Ich glaube, hier ist sie zu finden, ne? Großlinse. Ein Item zum Tragen. Das Vergrößerungsglas erhöht die Genauigkeit etwas. Trägt es dann so wie so ein Monocle. Ne? Wie so ein Monocle. Würde lustig aussehen. Hier kann man nirgendwo rein, ne? So links. Ah doch, hier. Guck mal. Schon wieder in ein Haus rein. Hallo und herzlich willkommen. Hier gibt es allerdings nichts zu sehen. Okay. Wenn ich mit großen Pokémon unterwegs bin, sehe ich gleich schlanker aus. Weißt du was? Donnerstags kommt immer ein Pokémon hergeflogen. Mist, wir haben heute Mittwoch, ne? Und ich streame morgen früh. Du bist ja ein ganz schön aufmerksamer Trainer. Schau mal, für dich. Oh, eine Tisitou-Beere. Tisitou-Beere. Ja. Es ist immer gut, sich mit vielen verschiedenen Leuten zu unterhalten. Ja. Also, wenn ihr wirklich mal ein Pokémon-Spiel spielt, labert jeden an. Ihr kriegt bestimmt irgendwas. Und es ist auch wahrscheinlich dann sehr hilfreich und wertvoll natürlich, um auch weiter zu kommen im Spiel. Ne? Nur so als Tipp. Nur so als Tipp. Hey. Hör dir mal bitte an, wie ich Pokémon-Rufe imitiere, ja? Aufgepasst. Ich arme jetzt einen Ruf mit eins deiner Pokémon nach. Welches deiner Pokémon habe ich eben nachgeahmt? Warti. Bingo. Die Rufe, die du ständig hörst, erkennst du natürlich. Danke, dass du mitgemacht hast. Es ist zwar nichts Besonderes, aber hier, das ist für dich. Ein Pokéwedel. Okay. Was ist dieses Pokéwedel? Das sieht nach irgendwas... Hä? Habe ich das schon? Warum ich das jetzt nicht finde? Doch, Tatsache. Ein hübscher Wedel ermöglicht die Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Ach so. Wow. Guckt man so selten seine Dingens nach, ne? Bälger lungern immer nur herum. Es kann nicht angehen, dass sie nur Radau machen, um cool zu wirken. Er macht immer Radau. Das finde ich nicht schön. Guck mal, wie viel Radau hier. Ja. So sieht's aus. So, dann können wir mal hier lang gehen. Oh. Da haben wir schon den ersten Wachmeister. Hey du, bleib doch mal kurz stehen. Oh, oh. Oh, oh. Ein Polizist. Dale. Ich glaube, der Polizist ist hier neu eingeführt worden, ne? In Schwarz-Weiß 2. Oh, Riolu. Mit Swatrovin kriegen wir das wahrscheinlich hin. Ne? Würde ich mal sagen. Kalkklinge. Mal gucken, ob das gut ist. Zwei Level Abstand und Swatrovin kriegt es hin. Fucano, da bleiben wir natürlich dabei. Das ist natürlich klar, wenn wir, ne? Polizei, das ist ja auch, ne? Da ist man ja eher, wenn man an Pokémon und an Polizei denkt, da ist ja Fucano eigentlich das erste Pokémon, was er so plonk aufploppen würde für viele. Naja. Davon lasse ich mich nicht aufhalten. Ich bin nicht zu stoppen, bitte. Weiß. In jungen Jahren darf man noch unbesonnen sein. Ja, ja, ja. So. Ich sehe hier ein Item, wo ich nicht hinkomme. Aber hier sieht das noch nach Baustelle aus, ne? Wer hätte das gedacht? Das sieht hier echt noch nach Baustelle aus. Oh. Was macht ein Kind wie du an einem Ort wie diesem hier? Würden diese Fragen nicht eigentlich eher so von den Schurken dieses Spiels kommen? Anstatt vom Polizisten? Gut, das tun die ja auch. Ah, Ron. Terribug, ja. Terribug ist ja unter anderem ja mit dazugekommen. Irgendwann mal. Ne? Oh. Bedroher. Da haut jetzt erstmal der Angriff weiter runter. Ah, mit der Kalkklinge kriege ich das immer gut hin. Bam. So. Der Angriff steigt uns zu Spezialangriff gut. Uff, was ein schöner Mann. Uff, was ein schöner Björn. Guten Abend. Naja, schön bin ich nicht. Ich gehe ja erst am Samstag ja zum Friseur und zum Barber. Ne? Macht mich ja für ein bestimmtes Event ja nur noch auch schön. Und ich will ja schließlich zu meinem 34. Geburtstag in zweieinhalb Wochen ja dann auch schön aussehen. Wie geht's dir Björn? Alles gut bei dir? Einen schönen Mittwoch gehabt? Schöne Tage an sich gehabt? Ne? Oh, hier gibt's sogar Pokémon. Ja, das Sand ist hier so ein bisschen niedriger. Doch, Charakter macht die Schönheit. Dankeschön. Ja, ich könnte dafür mal gewisse Dinge hier bei Twitch ordentlich auseinander nehmen. Geht. Hört sich aber nicht so toll an, mein Freund. Ne? Dass es nur Geht heißt. Ne? Nach Geht kommt immer eigentlich gut. Und irgendwann geht's wieder auch bergauf. Ne? Man hat auch manchmal immer einen Hänger. Dann geht's auch irgendwann wieder nach oben. Warum auch nicht? Ne? Dann geht das auch irgendwann. So. Ich wusste, dass ich hier hinkomme. Und ich hab Schaufler gefunden. Zu viele Gedanken. Hab jetzt Ruhe und fahre nach Hause. Das ist zumindest gut. Ja, man hat immer irgendwie zu viele Gedanken. Egal ob, ähm, ob jetzt, sagen wir mal, ähm, Arbeit oder Freunde, Freundin, ne? Beziehung und so. Mit neuem Final Fantasy. Ja, ich krieg das irgendwie mit, ne? Deswegen guckt dir keiner mehr zu, weil sie alle das neue Final Fantasy spielen. Ich bin ja nicht so der Final Fantasy Fan. Ich finde die Reihe super. Aber, aber, ich hab mich nicht so richtig angefreundet damit. Ich find das Spiel super. Ich find Final Fantasy an sich super. Aber, ich hab's, ich bin eher so, ne? Ihr habt Final Fantasy. Ich hab Pokémon. So. Ist doch gut, oder? So. Wir wollen jetzt ja entsprechend, äh, Schaufler beibringen. Ich mein ja, Fug... Ah, ich mach... Komm, Lucario. Lucario hat es sich verdient. Und Jorklef trägt etwas. Ähm, ich würd mal sagen, Rückkehr können wir wegmachen. Weil, es ist ja schon... Und wenn Kart Session ansteht, Bescheid geben. Ja, Samstag. Samstag Abend, 20.30. Mario Kart, äh, Mario Kart, ne? Gibt's hier im Stream. Ich hab ja jetzt ja gesagt, dass ich ein bisschen öfters jetzt mal Mario Kart spielen werde. Und, äh, das ist dieses Mal am Samstag soweit, ne? Du, ein Beleber. Find ich sehr gut. Ne? Mario Kart. Dann ich kaufen digital. Das ist doch gut. Dann kaufst du es dir digital, dann hast du es immer auf der Switch, ne? Ich hab's ja... Hier... Kann ich's ja mal zeigen. Ah, ist in der Switch. Haha. Hab ich ja gestern noch bei einem guten Freund gespielt. Ne? Dementsprechend. So, Toxipad kommt jetzt zum Einsatz. Bei dem Gegner, den ich jetzt hier grad gesehen habe. Ich hoffe mal, dass das Zvortrovin irgendwie entsprechend schafft. Ah, das läuft gut. Ah, Giftschweif. Kann zur Vergiftung führen. Und Zvortrovin braucht unbedingt einen Trank. Ah. Sieht gut aus. Oh, ne. Das sieht gar nicht gut aus. Schutzschild. Ich hasse diese Attacke. Beim schönen Hund? Natürlich. Bei dem schönsten Hund der Welt, wie ich finde. Ja. Ich mag diesen Hund. Ich liebe diesen Hund. Gugano willkommen als nächstes. Eigentlich wäre ja... Zvortrovin eigentlich geeignet. War die überhaupt nicht Navitaum? Ja, komm. Wir könnten ja mal neue Attacke ausprobieren von Lucario. Und das dann mal machen. Ja. Schöne Aussage. Ja. Ich mag... Ich liebe diesen Hund. Ich liebe diesen Hund. Ich passe gerne auf den Hund auf. Ne? Ich hätte gerne auch so einen Hund. Ähm. Bin ich ganz ehrlich. Also von der Rasse her, ne? Also sprich, ähm... Dalmatina. Weil ich mich so wieder an Hunden verliebt habe. Wo ich halt auch wirklich gesagt habe. Ich möchte gerne auch mal wieder einen Hund haben. Nicht unbedingt eine Katze. Ich bin ja eigentlich... Man kennt mich ja eigentlich eher als Katzentyp. Ne? Aber ich hab ja Hunde... Ich hab ja im vergangenen Jahr... Wenn ich ihn immer wieder sehe. Ne? Dann freut er sich auch, wenn er mich sieht. Das ist dann immer schön. So. Jetzt müssen wir erstmal unserem Zwotrovin hier... Erstmal... Dann geben wir mal... Tafel Wasser. Ist ja ein Wasser-Pokémon. Also kann es sich das auch mal leisten. Mal Tafel Wasser zu trinken. Warte mal. Was haben wir... Warte, 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 warte. Was hab ich da von einem? Was hatte ich da noch? Protein. Angriffswert. Oh. Ja, komm. Kriegt Zwotrovin hier erstmal auch mal rein hier. Kuh-Muh-Milch jetzt nicht unbedingt. Was haben wir hier? Sternstaub. Uh, kann man verkaufen. Was haben wir hier? Rote 4. Geplante Routen-Abschnittserweiterung. Okay. Eine polierte Platte vor dem Kampf sorgt für die nötige Konzentration. Was für eine polierte Platte? Ach, die Platte! Vom Raufbold Hildebrand. Ja, glänzt die dann auch schön oder noch so ein bisschen... Igu, Igu. Ja. Ja. Ah, guck mal. Flampion. Das wird einfach... Einmal anspucken und schon ist es weg. Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Ah, aber die letzten zwei, drei Tage waren in Ordnung. Am Sonntag kamen ja noch meine Eltern. Haben mir dann mein Fresspaket, was ich ja so ein bisschen... Was sie mir schon vor einer Woche versprochen haben, haben sie dann am Sonntag persönlich hingebracht. Haben sie mich auch mal endlich mal wieder besucht. Was ich auch sehr toll fand. Was ich auch sehr toll fand. Und ja, als sie dann am Sonntag weggefahren sind, bin ich ja dann am Sonntag ja auch... Also wieder nach Hause gefahren sind, bin ich ja dann auch losgedüst. Persönlich mega schön. Ja, ich verlange das ja von meinen Eltern auch, aber meine Ma ist an gewissen Sachen gebunden und das bezahlt ja die Krankenversicherung. Und wir wissen ja heutzutage und sorry, wenn ich dabei wieder so ein bisschen politisch werde, guckt mir eher mehr aufs Geld anstatt auf die Kunden an sich. Es gibt Krankenversicherungen, die gucken auf die Kunden. Da grüße ich meine Krankenversicherung, die mir ja innerhalb von nicht mal 24 Stunden ja einen neuen Hausarzt gefunden haben, was ich sehr nice finde. Aber es gibt auch Krankenversicherungen, die achten nur aufs Geld. Und ich kann da wirklich... Kann da halt auch wirklich so sagen, man kann auch wirklich zu gewissen Krankenversicherungen dann auch einfach sagen, Es gibt andere Krankenversicherungen in Deutschland, die liebend gerne meine Mutter aufnehmen würden und ihr helfen würden, anstatt sie auszunehmen. Gut, sie muss ja für nichts bezahlen, weil die Krankenkasse ja die Kosten übernimmt. Aber das ist halt auch so ein bisschen der Grund gewesen, warum meine Eltern zum Beispiel halt nicht gekommen sind. Ich habe so gesagt, jeden Tag am Wochenende. Man muss ja nicht jeden Monat sein oder so. Ich habe ja selbst ja auch das Deutschlandticket und ich fahre ja auch nicht irgendwie gefühlt alle zwei Wochen zu meinen Eltern. Das ist es ja auch nicht. Das tue ich ja auch nicht. So, Griffklaue habe ich jetzt gefunden. Das Item. Ich bin dabei auszuziehen. Zweiter Wohnsitz anmelden. Mehr privat. Uh. Willst nicht so bei deinen Eltern bleiben? Ja, nice. Ist es denn im gleichen Ort, wo du jetzt wohnst oder woanders? Item zum Tragen verlängert die Dauer von Klammergriffickel etc. Uh. Interessant. Ja. Also, ist es im gleichen Ort, wo du wohnst, Björn? Oder eher, sagen wir mal, woanders. Ne? Ich bin auch tatsächlich bei Eltern, also angemeldet, aber dann ein paar Straßen weiter. Ach so. Ja. Ja, meine Eltern haben mir heute ja auch wieder so einen Brief übergeben, der wieder an mich adressiert war und der halt noch in meiner Adresse der Eltern nämlich war. Das war aber hauptsächlich etwas, was ich selbst so, sagen wir mal, verschüsselt habe. Aber es gingen so nur noch so ein paar Sachen an mir selbst. Ich sage dir das privat. Ja, du, du kannst mich über WhatsApp anschreiben, das kannst du immer, ne? 24-7. Wenn ich halt später antworte, liegt es daran, dass ich entweder streame oder schlafe. Ne? Eins von beiden. Uh, Aquavelle. Aquavelle. Komm, wir mal in Zornklinge weg. Zornklinge bringt ja gerade gar nichts. Und wir haben vorhin gesehen, ist jetzt nicht so geradewegs die stärkste Attacke. Ich muss gerade mal ganz kurz was nachschauen. Irgendwie gerade. Oh ja, stimmt. Das habe ich vergessen. Ja, weil ich die Breaking News einfach so rausgehauen habe. Deutsche U21 ausgeschieden bei der Europameisterschaft. Und man stellt sich die Frage, bei welcher? Ja, ist immer wieder ein bisschen schwierig. So, okay. Den haben wir auch besiegt, diesen Rüppel oder sowas. Jetzt können wir auch hier ein bisschen... Oh, ne. Geh weg. Oh, ne, hier geht es nicht weiter. Ist das ein Doppelkampf? Ja, ein Doppelkampf. Aber nicht gut. Dich knüpfe ich mir jetzt vor. Hey, hey, hey. Was ist denn los? Hast du dich einfach verlaufen? Ne. Aber ich habe Bock, euch platt zu machen. Jim and Joe. Warum setzen sie ein? Okay, da sind zwei Pokémon von mir. Echt fehl am Platz. Aber ich würde nur auf eins umwechseln. Und Jorkheft trägt wieder was. Ne, ich wechsle beide. Geht nicht anders. So. Wir müssen beide gewechselt werden. Für Zvotrowin ist das natürlich quasi... Ne, es kann richtig gekillt werden. Für Vati halt nichts. Aber Vati kann halt gar nichts. Also, bis auf Donnerschock und Tackle. Aber es bringt halt nichts. Wir sind so ein Megasauger. Hätte Zvotrowin jetzt ordentlich an KP weggezogen. Und sogar an Vati so ein bisschen. Aber nur so ein kleines bisschen. So, Navitaub. Da machst du einfach mal Windschnitt. Und du, Fukano, machst mal auf Vaumboll mal so ein bisschen. Weil ich glaube, der Windschnitt reicht. Ne, Vaumboll. Oh, perfekt. Perfetto. Ne? Perfetto. Boah. 81 XP. Alle kriegen jetzt erstmal Vati Level 22. Auch sehr schön. Mein Baby hat verloren. Ja. Ihr Halbstarken. Hier ist nichts, ne? Gar nichts. Null. Nada. Niente. Das war's hier. Mehr ist hier nicht. Früher war mehr Lametta. Aber hier gibt es wilde Pokémon. Pokémon. Was haben wir denn hier so feines? Ein Flampi. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt. Ja. Kalklinge. Wir haben ja jetzt ja noch Aquavelle. Am. 94 XP. Sehr schön. Aber wir gehen mal hier wieder raus. Ne? Hier könnten wir... Obwohl, ich könnte nochmal da... Da ging es ja nochmal hoch. Da könnte ich auch nochmal kurz gucken, was es da so gibt. Sollen wir hier den Müllsack mal wegmachen. Das Unratütox. Ne? Was ist echt der Müll? Ist ein Müllsack. Ist wirklich ein Müllsack-Pokémon. Ne? Uh. Aquavelle sieht hier aber schön gestaltet aus auf dem DS. Sehr, sehr schön. Ne? Für die, die sich wundern, für was gab es Pokémon Schwarz-Weiß 2? Äh, auf dem Nintendo DS. Für die, die es interessiert. Ist hier vielleicht irgendwie... Oh, ein Puppestück habe ich gefunden. Jetzt mal einfach mal... Ich habe gedrückt, weil ich dachte mir schon, ne? Ist so ein bisschen freie, freie Fläche. Da ist kein Item zu sehen. Da steht kein Trainer. Da steht keine Person an sich, mit der du reden kannst. Also müsste da vielleicht ein verstecktes Item sein. Ne? Auch immer wieder so eine kleine... Ich sag mal... So ein kleiner Hinweis immer wieder um... Ne? Ihr wisst Bescheid. So. 114 XP. Zvotrofin ist eigentlich schon Level 25. Ne? Können wir eigentlich schon längst wegstellen. Wegstellen klingt auch ein bisschen böse. Ähm, ich würde Vati trotzdem nach vorne setzen. Wieder ein Beleber. So. Dann würde ich Mukario nach vorne setzen. Dann Navitao. Erstmal auf 25 mal alle. Und dann sind wir mal weiter. 25 oder so. Mal gucken, ob Vati es hier so packen wird. Hier haben wir auch noch so ein bisschen... Das ist noch so ein bisschen von Schwarz-Weiß 1 übrig geblieben. Oh. Gut. Dann ruhe ich kurz aus. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, du gibst mir ein Item. Oh, geil. Ja. Oh, geil, Mann. So. Der alte Palast versinkt langsam im Sand. Eines Tages sind auch die Erinnerungen an ihn für immer verschollen. Ja. Hier ist eine Autobahn. Die wir halt nie sehen werden. Wo wir halt nie hingehen werden. So. Wüsten Ressort. Hier wütet aber jetzt ordentlich ein... Hä? Wenn du durch das Tor gehst und immer weiter nach Norden läufst, erreichst du irgendwann den alten Palast. Okay. Hier ist also das Tor. In dieser Richtung das Wüsten Ressort. Eine echte sandige Angelegenheit. Ha. 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 So. Der alte Palast im Wüsten Ressort ist wirklich in einem schrecklichen Zustand. Die Zeit geht an nichts und niemanden spurlos vorbei. Traurig aber wahr. Ich komme gerade von der Nachhilfe. Wusstest du schon, dass man in den Wüstengebieten genau wie in Hüllen überall damit rechnen muss, wilden Pokémon zu begegnen? Aber man sollte auch wissen, dass man zumindest dort, wo Sand etwas heller ist, von Kämpfen verschont bleibt. Ja. Das weiß ich. Meine Art hast da wieder keinen Bock. Von diesem fucking Controller. Oha. Moment. Ich bin eine Pflegerin, aber hauptsächlich verstehe ich mich als Pokémon-Trainer. Ich bin schon total heiß drauf, gegen dich zu kämpfen. Oha, bitte irgendwelche normalen Pokémon dabei. Jetzt kommt so ein Scharnera. Pflegerin. Olyssia. Olyssia. Oh, ein Pi. This is my baby. This is my baby. So. Donnershot. Ihr habt es unten gerade auch noch mal ganz kurz hier so unten rechts, wenn ihr es gleich noch mal seht, so ein bisschen so die Info da, wo Wetter steht. Sandsturm halt. Also, es kann ja halt auch mal sein, dass wir mal in Gebieten kommen, wo es regnet. Es kann aber auch mal sein, dass wir in Gebieten kommen, wo nämlich es schneit. Dann gibt es halt Hagelkörner und so oder halt entsprechend auch andere Dinge, wie zum Beispiel Sand halt jetzt gerade gut. Andere Dinge. Es sind jetzt halt Regen, Hagel und Sand. Mehr ist es nicht. Und natürlich Sonne, Hitze wäre es auch möglich, ne? Aber hier jetzt glaube ich eher nicht. So. Gut, dann will ich dein Team heilen. Bei mir ist es in guten Händen. Ich habe eigentlich immer gedacht, hier wäre ein Pokémon Center, ne? Da habe ich mich auch geirrt. Du willst kämpfen. Du willst nicht kämpfen? Ich bin von weit hergekommen, um hier im Wüstenresort zu trainieren. Hätte ich doch nur ein paar Wasser-Pokémon dabei, dann würde ich mich jetzt nicht so schwer tun. Naja. Oh. Erlaube mir, dir anhand eines Kampfes zu zeigen, wie es in der Wüste zugeht. Oh nein. Ich weiß ja gar nicht, auf welchem Level die Pokémon hier sind, ne? Gut. Die eine Trainerin war auf 22. Ah, Flampion. Okay. Ja, 23. Okay, das geht. Das geht. So. Sandsturm kommt auf. Dann würde ich mal Donnershock probieren. Gut. Es ist nur ein Feuer-Pokémon. Also im Moment nur. Jau! Alter! Oh nein. Du verdammter Ranger. So. Ich weiß, dass du schwäche Feuer hast, aber das kriegst du in Lucario. Na gut. Hätte ich mit Schaufler machen sollen, aber wäre jetzt nichts gewesen. Ei, ei, ei. Alter. Vorsicht vor Verbrennungen. Hö, 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 hö. Ja. Er leidet ein Pokémon Brand, fahren seine physischen Attacken schwächer aus. Das hier ist ein gutes Mittel dagegen. Ich klatsche gleich was anderes Gutes dagegen. Alter. Aber gut, dass Jorklef zwei Beleber gefunden hat. Was habe ich denn eigentlich Supertrinke? Ich habe auch nicht so viele Supertrinke dabei. Fällt mir auf, ne? Warum habe ich in Stratos City nicht aufgefüllt? Oh, wieder Sternstaub. Kann ich alles verkaufen? Ne? So, was haben wir denn hier noch so Feines? Hier hinten. Oh, ein Item. Ein Grünstück. Nicht ein Grundstück, sondern ein Grünstück. Ein Stück, was grün ist. Ja. Denkt man sich auch irgendwie so. Komiker. So. Ein Indigo-Stück. Ja. Oh. Was ist das? Hallo? Oh, ein wahres Meer aus Sand. Hier hilft mir mein Wüstenglas auch nicht weiter. Der Wunderturm in der Wüste von Höhen ist inzwischen verschwunden. Und auch der alte Palast in der Wüste von Einal wird mehr und mehr unterm Sand begraben. Wer weiß also schon, wenn er ganz verschwunden ist. Oh. Da spricht jemand den Turm in Höhen an, ne? Willst du kämpfen? Du willst kämpfen. Meine Suche nach dem Ort, den ich zu Hause nenne... Warte mal ein... Nochmal. Meine Suche nach einem Ort, den ich zu Hause nennen kann, führt mich nun durch den ganzen Globus. Und was ist mit dir? Naja. Vielleicht genauso. Fynn hat gerade nur eine Randsportart. Ja. Gefühlt ist es wirklich so. So wie unsere deutschen Männer im Moment im Fußball spielen, was zumindest Nationalmannschaft angeht, ist es eh Randsportart mäßig. Also ich hoffe wirklich, die Frauen liefern bei dieser WM, bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland gute Spiele ab. Ich überlege ja wirklich, auch wenn die Spiele zum Teil ja vormittags stattfinden und mittags, vielleicht einen Rudel gucken zu machen, ne? Aber auch nur vielleicht, weil einerseits natürlich, es ist zu einer Zeit, wo viele Arbeiten sind. Und andererseits, oder halt im Urlaub oder so. Und andererseits ist es natürlich klar, ne? Ähm, ich hätte da Bock drauf, das wäre kein Problem. Komm schon, Vati, das schaffst du diesmal. Oh, Mann! Ich hasse dieses... Gut, Vati ist hier nicht geeignet, Lucario kommt jetzt dran. Also das geht doch wohl nicht. Dann wird hier Lucario trainiert. Tut mir leid, Vati, dann wirst du nach hinten gelegt. Tut mir leid. Mann, 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 Mann! Sollst du mal einmal gegen deine Schwäche mal vorankommen und dann kriegt das nur Lucario hin. Oh, Mensch, Mayaner, ich setze jetzt auch keinen Beleber ein. Das kannst du jetzt vergessen. Ja. Dann ist Vati jetzt auch hier zweite Wahl. Vielleicht kommen wir ja zur Pflegerin zurück. Oh Gott, ich sehe so einen Agenten. So, jetzt haben wir ein gelbes Stück gefunden. So. Da war noch so ein... Da. Hat mich gesehen. Hey, warte! Du wolltest ja schon mich umbringen, oder was? So ist es jetzt auch schon mit meinem... Naja. So. Hier ist der nächste. Komm her. Die segende Wüste. Die brodelnde Leidenschaft. Die Hitze eines Kampfes. Und der Schw... Oh, der Lapport. Auguste. Wir haben aber Juni. Da musste sie Juniste heißen. Oh, Magpie. Okay. Das kriegen wir hin. Ich glaube, Lucario wird davon ja nicht getroffen, weil es ja Stahl ist. Und wir haben ja gelernt, Stahl-Pokémon werden ja... Also Kampf Stahl im Übrigen. Also Lucario kriegt nichts ab. Jetzt ist er im Moment unter der Erde. Also es ist eher was anderes. Und mit einem Schaufel ist Magpie weg. Es ist jetzt nichts gesprungen. Metallsound. Äh, nein. Ja, nicht lernen. Das kannst du nicht... Das brauchst du nicht. Definitiv nicht. Nein. So. Eine Frage, ja, Bäre. Erneut. Ne. So. Wer ist das? Du bist zuerst die zweite Person... Du bist erst die zweite Person, die sich die Mühe macht, mich mal anzusprechen. Ich bin echt mächtig gerührt. Bitteschön. Das hier ist für dich. Wow. Ich kriege Pudersand. Und ich habe hier um mich herum so viel Sand. So. Der will kämpfen. Wusste ich es doch. Ich leihe meinem Team einen Teil meiner übernatürlichen Fähigkeiten. Ja. Als ob. Als ob das so laufen wird. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie er heißt, aber... Juckt mich gerade nicht. Guck mal, hier könnte ich jetzt wiederum... Mal gucken, wie ich das hinbekomme. Nur mit Ruckzug-Keep, ne? Würde das auch reichen. Ah. Aber Lucario kriegt wirklich nichts vom Sandstorm ab. Das ist schon mal etwas Gutes. Oh, jetzt kommt der Begrenzer. Aber... Heißt, ich kann nochmal Ruckzug-Keep machen. Das Bepfleg-Knulli ist weg. Wenn es noch eins einsetzt, wechsle ich dran. Dann auf Wati. Makabaya. Oder Makabaya nochmal. Oh, das war das Ding hier, ne? Ah, das schwebt das... Ah, es ist Geist. Verdammt. Stimmt, es ist Geist. Und wird dann noch von einem Sandsturm getroffen. Oh, nein. Oh, nein. Geht Schaufler. Außer es kann jetzt schwebe. Dann wechsle ich auf Wati. Dann wechsle ich auf Wati. Gut, Schaufler funktioniert. Und es ist auch noch sehr effektiv. Ne, normal effektiv. Mumie. Was? Makabaya hat die Fähigkeit Moop. Setzt Bürde ein. Okay. Ist jetzt nicht sehr effektiv, ne? Aber wir können ja nur Schaufler einsetzen. Gut, was war jetzt... Was ist jetzt mit der Fähigkeit? Das... Haben wir jetzt nicht irgendwie mitgekriegt, ne? Nein. Aber 368 XP gibt's. Das ist gut. So. Zumindest mal was Gutes für Lucario. Nämlich ein Supertrank. Schaufler findet hier in dem Sand nichts. In diesem Sandsturm. Da ist noch ein Item. Wir sind, glaube ich, hier so ein bisschen am Rand der Wüste, ne? So weit wie wir können, ne? Oh, das sieht auch nach Sand... Äh, nach... Nach Wasser aus, ne? Okay, hier ist der Eingang zur Höhle. Müsste hier noch irgendwie was sein. Tatsache. Äh? Weite Wüste, Schloss im Sand, ich sage dir, hier ruht ein Schatz. Seit mich diese Erkenntnis ereilt hat, ist bereits ein Jahr vergangen. Ich habe den Schatz noch nicht gefunden, aber ich gebe meinen Traum nicht auf. Nie. Und so genieße ich jeden Tag. In der Kontaktebene wurde eine neue Festivalmission hinzugefügt. Im Nu-Reich. Okay, jeden Tag sein Hunger hat sein wahres Schatz. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Hm, du bist ziemlich stark, stimmt's? Das ist das Letzte, was man vor einem Kampf über seinen Gegner erfahren will. Ich bin stark, ja. Oh, nur ein Pokémon. Sonjan. Ah ja, dieser... Wie ich es ja gerne sage, dieses Fötus-Pokémon. Das sieht für mich ein bisschen aus wie so ein Fötus oder sowas. Ne? Gut, das heißt, ich kann ruckzuckieb einsetzen. Gut. Oh ja, kommt wieder der Begrenzer. Und Sonjan kriegt ja auch den, ähm, seinen Sturm ab. Der hier ordentlich wütet. Oh nein. Ja, dann gehen wir mal einfach mal alle Attacken durch. Wenn nicht, dann versuche ich einen Aufwecker einzusetzen. Weil angreifen kann es uns. Ja. Aber besiegen kann es uns nicht. Oh. Okay, Lucario muss schnell wach werden. Aufwecker. So. Oh, oh. Oh. Hehe. So. Ähm. Ich denke mal, es kann Schwebe. Ich weiß es nicht, ob es Schwebe kann oder nicht. Könnten wir... Oh. Jetzt versucht es wahrscheinlich wieder... Ne. Entweder... Komm. Bitte nicht. Oh, Mondschein. Das war doch so... Das war doch so klar. Das ist doch so klar. Und jetzt wieder, keine Ahnung. Ja. Ja. Trümmerer, komm, wird wach. Ja. Es ist wach geworden. So. Und... Oh. Aber gut. Lucario schläft diesmal nicht. Ne. So. Danke. Und der Ruckzuck-Heep musste reichen. Das ist sehr schön. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich es mir vorgestellt habe. Aber es hat gereicht. Ja. So. Das Item da hinten würde ich mir gerne noch holen wollen. Ein Nugget. Dafür hat sich gelohnt. So. Hier ist nichts Besonderes. So. Da ist wieder der... Genau. Das, was er vorhin gesagt hat. Gut. Dann könnten wir mal so langsam... Wo ist es jetzt? Hier. In den Tempel reingehen. Alter Palast. Zwei Dinge gibt es, die ich über Treibsand gelernt habe. Erstens. Wenn du mitten durchspazieren willst, fällst du sofort hinunter. Zweitens. Wenn du versuchst, mit Schwunge durchzulaufen, wirst du in den Strudel gezogen und fällst hinunter. Ja. Ja. Und wenn das passiert... Deswegen... Ich verstehe es nicht, aber ich weiß es von... Ja. Plopp. Und da ist ein... Oh, schon wieder so ein Psycho, ne? Dieser Ort erfüllt mich mit einem eindruckenden Gefühl der Trauer. Sag, wärst du bereit mit mir zu kämpfen? Eigentlich nicht. Ja, guck mal. Und jetzt ist sogar die Ablö... Also der Wechsel von Kai Havertz von Chelsea zu Arsenal offiziell. Ich hab ja mitgekriegt, dass ja so, ähm... So ein Video geleakt wurde, wo Kai Havertz schon in Arsenal-Klamotten zu sehen war. Ähm... Also, dass es schon so weit geht, ne? Ich vermisse echt die Zeit, wo wir spekuliert haben, aber wo nicht direkt sofort irgendwie... Also, ich werd das... Äh... Nächste Woche gibt's ja wieder DERCHU TV Live und da werden wir ja wieder mal so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Mal so ein bisschen ernst. Und, äh... Ich sag's schon mal so, dass ich's ein bisschen vermisse, dass wir Geheimnisse nicht mehr Geheimnisse lassen können, ne? Wir müssen unbedingt alles wissen, ne? Weil Internet und so, bla, etc. pp. Wo ich mir einfach nur sage, Leute, lasst mal das Geheimnis Geheimnis bleiben und kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Weil irgendwann steh ich dann auch vor eurer Haustür und möchte dann von euch alles wissen. Obwohl es mich nen Scheißdreck interessiert. Ja? Das mal nur so als kleine Warnung für nächste Woche Freitag. Bei DERCHU TV Live. Naja, was soll's. So. Lucario ist jetzt Level 25. Will aber trotzdem ihm den Trank geben. Und dann mal gleich wieder auf Vati wechseln. Vati muss jetzt unbedingt jetzt mal hier ein bisschen Training und ein paar gescheiter Attacken lernen. Dann will ich auch Navitaub jetzt auf Platz 2 setzen. Ne, das war gar nicht der Plan. Aber ich kann's ein bisschen anders machen. Nein. Kannst du ein bisschen anders machen. Dankeschön. Ah, das ist der Will wieder nicht. Hm. Naja. Gut. So. Das heißt, einmal so. Ah, so ist auch nicht... Oh, wie war das denn nochmal? Wie war das denn nochmal? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Oh, ein Pokémon gibt's hier ja auch noch. Oh, Makabaya können wir mal fangen, ne? Haben wir ja noch nicht im Pokédex. Makabaya, 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 Makabaya. Also ich merke schon, Vati hängt mit dem Training hinterher. Ah, hat keine Wirkung. Scheiße. Ja, wird gleich direkt fertig gemacht. Dann bin ich weg. Also das kann so nicht weitergehen. So, jetzt gucke ich mal gerade mal nach, ob ich so irgendwelche besonderen Power-Ups habe. Natürlich nicht. Klar. Selbstverständlich nicht. Zumindest so tolle Attacken vielleicht. Ne, auch nicht. Oh Mann, Vati. Tu es mir gerade so leid. Ich kann hier gar nicht trainieren. Ich muss mich gerade echt mal nachdenken. Wie kommt man da nochmal rüber? Mein Psycho-Pokémon will aus irgendeinem Grund plötzlich keine Ruhe mehr geben. Ob das wohl an den Ruinen liegt oder vielleicht doch an dir? Also am Rand kann man nicht. Oh, wie kommt man da rüber? Das ist jetzt glaube ich etwas, wo ich mich jetzt, sagen wir mal, ordentlich in den Kopf zerschlagen werde die nächsten 60 Minuten. Um Gottes Willen. Simulara. Simulara. Ich glaube, ist das nicht auch ein Vogel-Pokémon? Ja, ein Flug-Pokémon. Oh Gott. Vati. Ich wollte dich als stark... Ich will dich gerne als starkes... Ne, also... Jedes Donner-Bonbon und alles andere, was ich finde, Power-Up, kriegst du jetzt. Also alleine, was du nur für Attacken kannst, ist schon traurig. So, Donnerwelle. Weiß ich, zwei gescheitene Attacken. Donnerschock und Donnerwelle. Und dann Bodycheck. Ja, aber zieht ab. Ich bin halt nicht so ein Fan von solchen Attacken. Ne? Die dann halt auch noch abziehen. Außer die sind natürlich richtig stark. Ne? Aber man sieht es ja halt auch. Vati ist unter Level. Oh Gott, ziehst du mal. Wenn es weg haut, haut es weg. So, jetzt komm. Sehr effektiv. Volltreffer. Oh, danke. Oh, danke. Komm jetzt. Endlich hast du mal gut abgeschnitten. 1200 XP. Das hast du verdient. 23. So, und jetzt was Gescheites. Nix. Schade. Ich bin ein Trainer. Was denn sonst? Was auf der Welt? Bitte. So, ich muss jetzt gerade mal gucken. Wenn ich mich jetzt einen Schritt weiter bewege. Wo kriegst du jetzt die Kumo-Milch? Ist mir egal. Und Jorklef trägt hier was. Guck mal. Also es findet auch Items. Was ist es? Ein Hypertrank. Guck mal. So. Ja, guck mal. Wir haben es geschafft. Gut. Die Überlegung. Oh nein. Die Überlegung ersparen wir uns. Aber der nächste Psycho. Der nächste Psycho. Moserat. Moserat Kabae. Oh Gott. Molimorba. Level 23. So. Barty. Das schaffst du jetzt aber. Direkt hier Donnerschock. Bamski. Taka abgewehrt. Das finde ich sehr schön. So. Komm. Nochmal. Itemsperre. Okay. Ich kann keine Items einsetzen. Gut. Das gilt nur darum, um getragene Items einzusetzen. Das geht aktuell nicht. 19 KP haut es weg. Aber. Das Molimorba ist weg. So. Gibt es wieder so viel? 400 XP ist genauso viel. Jetzt geht es so einigermaßen. Guck mal. So. Was haben wir jetzt hier? Felsgrab. Sehr schön. Aber. Warum geht es hier nicht weiter? Wird an einem Ort Geschichte geschrieben? Wird an einem Ort Geschichte geschrieben? Wird an einem Ort Geschichte geschrieben? Wird an einem Ort zurückrufen? Warum geht es hier denn nicht weiter? Hä? Hä? Ah. Hier ist alles zu, ne? Deswegen. Also in Schwarz und Weiß 1, da ging es ein bisschen mehr. Hier ist alles voll mit Sand. Ei, ei, ei. Deswegen. Es geht hier nicht weiter. Oha. Ja. Es geht hier nicht weiter. Ah. Und flop. Ja. Hier geht es nicht weiter. Ne? Mehr ist es... Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht mehr zu sehen. Das versinkt wirklich alles nur noch im Sand. Und das ist schon so ein bisschen traurig. Na? Haben wir hier schon? Achso. So. So. Ein wenig mal. So. Unsere Pokémon. Und dann können wir wieder zurückgehen. Auf Route 4. 4. Ja. Also. Gut. Im Wüstenresort ist also fast gar nichts mehr. So wie es ausschaut. Schon traurig. So. Da haben wir wieder einen Flampion. Level 18. Das kann uns diesmal nicht so gefährlich sein wie vorhin. Definitiv nicht. Können wir Donnershop machen. Klar. Oder doch. Alter. Nee. Tschüss. Geh weg du Monster. Na gleich nochmal die Möglichkeit zu heilen. Ich weiche jetzt den Dingern hier aus. Also Flampion. Nee danke. Habe ich keine Lust mehr drauf. So. Hier können wir nochmal heilen. Alter ey. Und das bei Level 18 und Level 23. So. 5 Level Abstand. Ja. 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 Gebiete mit Ruinen werden inzwischen urban gemacht. Soll das wahrscheinlich heißen. Ob das wohl mit die Geschichte neu schreiben gemeint ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ne. Hier sind auch wieder ein paar Häuser. Können wir auch nicht rein. Aber. Einklangpassage. Moment. Einklangpassage. Eine lebendige Passage am Puls der Zeit. Hm. Was mache ich nur? Ich kann das doch niemals alleine bewältigen. Hey. Du da. Ja. Willkommen in der Einklangpassage. Naja. Wie du sehen kannst. Ist hier momentan noch nichts los. Bisher ist das also. Nichts weiter als eine normale Straße. Ups. Wo habe ich nur meine Manieren? Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Sehr erfreut. Ich bin der Besitzer der Einklangpassage. Mein Traum ist es. Auf der ganzen Welt lebendige Städte zu errichten. Die nur so vor Geschäftigkeit. Sprühen. Jetzt habe ich allerdings das Problem. Dass ich niemanden habe. Der diese Passage hier für mich verwaltet. Moment mal. Ich habe die Idee. Du bist doch ein Trainer. Und kommst doch viel herum. Nicht wahr? Jemanden wie dir. Der auf seinen Reisen vielen Menschen begegnet. Könnte ich dieser Aufgabe wohl gut anvertrauen. Na. Was sagst du? Würdest du dich gerne mal versuchen wollen? Äh. Nein. Aber ich sage doch. Das ist die Idee. Das musst du doch verstehen. Oder nein. Ich muss ja sagen. Okay. Vielen Dank. Also gut. Dann sag mir doch mal. Was du für ein Mensch bist. Hast du irgendeinen Lieblingsspruch, der dich charakterisiert und du am liebsten in die Welt hinausrufen möchtest? Vorsicht. Die Worte, die du gleich eingeben wirst, können über die Drahtlosfunktion. Was ist das? Weißt du was? Dann machen wir Bäm. Ah. Bäm. Verstehe. Toller Spruch. Und was sagst du gerne, wenn du eine Sache toll findest? Beziehungsweise was ist dein Ausdruck der Begeisterung? Beziehungsweise. Okay. Toll. Super. Super. Das können wir auch in den Taschensbett eingeben, ne? F. O. P. E. 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 Super. Boah. Okay. Sehr erfreut dich kennenzulernen. Wie sollen wir dich denn ansprechen? Wenn, dann warte mal. Einfach Wadi. Wadi. Du bist hiermit nun im vollen Umfang verantwortlich für diese Passage. Noch herrscht nur hier gähende Leere, aber wir bitten dich, dass du dieser Straße eine beliebte Passage machst. Ein Ort der Begegnung, an dem viele Menschen begeistert ein- und ausgehen. Ich werde dir gleich erklären, wie diese Passage wachsen und gedeihen lassen kannst. Sprich mich einfach an, wenn du so weit bist. Oh Gott. Einklangpassage, Büro von Wadi. Wadi, hast du irgendwelche Fragen? Wo bin ich hier? Wuff. Ja. Das hier ist die neueste Einkaufsstraße in der Einallregion. Sie heißt Einklangpassage. Sie befindet sich momentan noch in der Entstehungsphase, aber sie soll eines Tages erblühen und sich zu... Was soll ich hier machen? Zu Hause. Das ist sehr schön. Zu Hause ist es immer noch am schönsten. Der Eigentümer und Erbauer der Passage hat dich dazu auserkommen, sie zu leiten, Wadi. Dein Ziel ist es, diese Passage erblühen zu lassen, sie so zu gestalten, dass Besucher hier ihre wahre Freude haben. Es steht Assistenten bereit, um dir bei der Arbeit unter die Arme zu greifen. Wende dich also an sie, wenn du irgendetwas benötigst. Ja, zu Hause ist es wirklich immer am schönsten. Oh, hier habe ich ein PC. Oh, okay. Oh, guck mal. Ich kann mich da nicht hinsetzen. Ich bin hier nicht die Chefe. Ich kann mich nie mal am eigenen Stuhl hinsetzen. Ich will raus hier. Oh mein Gott. Bravo, Wadi. Du kannst dir hier diverse Tipps abholen und ein guter Manager wirst. Und Leute... Also Geschäften, geträumt, bla bla bla, anwerben, den Traum verwirklichen. Okay, guck mal, da kommt schon der Erste. Super. Ist das die neue Einkaufsstraße? Da gibt es ja noch gar keine Geschäfte, vielleicht kann man ja seinen Traum machen. Anwerben. Falls in dieser Einkaufsstraße Träume wahr werden, dann will ich viele verschiedene Pokémon schöner machen. Super, danke. So sieht das also aus. Interessant. Barbier Janus Schönheitssalon hat eröffnet. Wie gesagt, ich muss da auch zum Barbier. Das sieht man nicht so ganz. Aber hier so an den Stellen habe ich wieder so ein paar Barthaare mehr. Außerdem muss ich den Bart auch wieder stutzen und sowieso ein bisschen die Frisur kürzer machen. Barbier Janus, das muss man gesehen haben. Okay. So. Super, Vardy. Wir machen deine Pokémon schöner. Barbier Janus. Pflegen? Wie geht's denn so? Hat gegenwärtig den Rang 1. Wenn die Popularität noch um 200 steigt, bedeutet das ein Rang aufstieg. Das ist wahr. Vardy, vielen Dank schon mal für deine Hilfe. Komm, pflegen wir mal. Zartes Make-up, bürsten. Happy Schnitt, komm, bürsten. Das soll nämlich bürsten für... Komm, für Vardy. Okay. So, kommen noch mehr oder... Muss ich jetzt hier regelmäßig vorbeikommen? Oh Gott. Da muss ich ja dafür sorgen, dass ich die ja... Oh mein Gott. Was passiert, wenn ich wieder rausgehe und dann wieder reingehe? So. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es wirklich... Du hast ja vieles für ein schweines Geschäft eröffnet. Aber ein Geschäft ohne Kunden ist ja noch eine rechtlose, sinnlose Angelegenheit. Als nächstes musst du also potenzielle Kunden zu dem Geschäft führen. Dazu sprichst du Passanten an, um ihnen ein Geschäft zu empfehlen. Na sowas. Da kommt ja gerade wieder jemand. So ein Zufall. Das ist die Gelegenheit auszuprobieren, wie man das mit dem Empfehlen funktioniert. Ein kleines Kind. Genial, ist das hier die neue Einkaufspassage? Obwohl es hier noch tolle... Obwohl... Ob es hier tolle Geschäfte gibt? Empfehlen, ja. Ja, ich kann den Barbianus empfehlen. Ui, das sehe ich mir gleich mal an. Venus besucht Barbianus. Super, genial. Was für ein tolles Geschäft. Venus hat sich sehr gefreut. Die Beliebtheit von Barbianus ist um 40 gestiegen. Die Beliebtheit der Einklangpassage ist um 40 gestiegen. Herzlichen Glückwunsch, du hast einem potenziellen Kunden ein Geschäft empfohlen und somit direkt dafür gesorgt, dass die Gesamtpassage nun beliebter geworden ist. Immer weiter so. Wenn die Geschäfte an Popularität gewinnen, wird die Passage bestimmt im Nu berühmt. Ein guter Weg, mehr Kunden anzulocken, ist es. Die Drahtlosung... Die Drahtlosung kann ich nicht benutzen. Bla bla bla. Conexplo bla bla bla. Ist halt ein Online-Feature. Kann ich nicht benutzen, weil nichts geht. So, heißt, Janus bleibt hier alleine. So, weiter geht's. Wir sind hauptsächlich hier, um Pokémon zu trainieren und Pokémon-Meister zu werden und... Und alles andere. So. Und jetzt sind wir in Rayono City. Ich versuche im Vorbeigehen möglichst vielen Menschen zu begegnen, in der Hoffnung, dass sie viele neue Geschäfte in der Einklang-Passage entstehen. Ja. Und wir haben es jetzt ja geschafft, endlich mal hier zu sein. Camilia ist die Arena-Leiterin von Rayono City. Sie ist ein Model. Ich würde sie ja so gerne mal über den Laufsteg stolzieren sehen. Ich hätte schon gedacht, sie würde sagen, sie würde mal gerne über den Bettkante schubsen. Ich möchte so gerne nach Ferula, aber ich finde nirgendwie die Weichenstation nicht. Okay. Äh. Okay. Du kennst doch die Weichenstation, oder? In der U-Bahn dort kann man nach Herzenslust Pokémon-Kämpfe austragen. Als ich dort meine Kämpfe, äh, Kräfte messen wollte, waren doch tatsächlich auf einmal die Metro-Meister. Ist das nicht der Wahnsinn? Das sind die stärksten Trainer in der gesamten Weichenstation. Und das Beste ist, sie sind für immer einen Kampf 2 gegen 2 bereit. So eine Gelegenheit bereitet, ähm, bietet sich doch nicht oft. Trittst du mit mir zusammen gegen sie an? Bitte, bitte. Okay. Danke. Ich heiße im Übrigen Rosie. Auf das wir ein schlagkräftiges Duo abgeben, das selbst die Metro-Meister bezwingen kann. Warte mal. Ist das nicht der Charakter, den wir dann nehmen, wenn wir Weib... Wenn wir den Charakter nicht männlich nehmen, sondern weiblich? Also sprich, ja, der weibliche Charakter. Lol. In diesem Sinne, auf in den Kampf gegen die Metro-Meister. Hin. An einem Ort wie die... Hin? Wait a minute. Hin? Gab's nicht jemanden in Pokémon-Legenden, der hieß so? Okay. Bin sehr verwirrt. Sehr sogar. Ja. Nun gut. Herr. Hin und her. Hin und her. Ha. Ha. Jetzt bin ich mal gespannt. Metro-Meister hin und her möchten kämpfen. Sidi Matur. Und Strepoli. Ach, du heiliger Strohsack. Vati ist hier komplett falsch. Level 26. Level 26. Okay, ich muss wechseln. Oh, sie hat... Moment. Sie hat Verkokel? Wait a minute. Sie hat Verkokel? Armstoß. Wait, dann hat sie von Bell wahrscheinlich den Feuerstarter bekommen, ne? Oh, Lichtschild. Okay. Mein Magen spielt mir gerade ein bisschen wieder mal... So. Seh die Matur. Dann konzentrieren wir uns gleich noch auf ein Pokémon. So. Dann ist das Seh die Matur weg. Ah, das ist eher normaleffektiv, ne? Und da kommt der Weckruf. Patsch, patsch, patsch. Oh, nicht gut. Gar nicht gut fürs Verkokel. Aber hier macht Zvotrofin auch nochmal Aquawelle. Ist nicht sehr effektiv, aber zieht ab. Oh, Nitro-Ladung. Ja, ich erinnere mich... ...als ich Pokémon Weiß geletzt played habe. Äh, das haben wir hier live gespielt, Pokémon Weiß, ne? Jetzt weiß ich es wieder. 3,85 XP. So, Wati Level 24. Sehr gut. Ja. Bravo. Damit hast du demonstriert, was du für ein brillanter Trainer bist. Und so weiter. Ja. 5.200 Poké-Dollar. Ja, oh. Bravo. Ihr und eure Pokémon, ihr bildet einfach ein atemberaubendes Gespann. Ich heiße Herr. Ich habe zwar gegen dein Team verloren, mich dennoch prächtig amüsiert. Komm mal ruhig wieder. Du musst unbedingt mal auf jeden Fall im nächsten Mal mit der U-Bahn fahren und dort gegen uns kämpfen. In diesem Sinne, alles einsteigen und Türen schließen. Der Zug fährt ab. Okay. Puh, die sind stark. Sind eben nicht umsonst, die Metro-Meister. Aber ich möchte auf jeden Fall weiter trainieren, um irgendwann noch einmal gegen sie zu kämpfen. Dann auch gerne, ohne dass sie dabei zurückhalten. Vielen Dank, Wati. Hier. Das ist für dich als kleines Zeichen meiner Verbundenheit. Ist das der Kampffahnder? Die Kampfkamera. Okay, gut. Die benutze ich jetzt auch nicht. Ne? Na. Sie geht dann direkt hier rein. Okay. Ich hätte erst gedacht, das wäre die Arena-Leiterin, ne? So. Wo ist denn jetzt hier? Oh, guck mal. Ein Grillmack. Weil ich so brav war, durfte ich heute wieder mit in den Vergnügungspark. Und diesmal ist sogar mein Grillmack dabei. Okay. Wenn man mit der Achterbahn fährt, rauscht man mit einem Affenzahn hin und her, auf und ab. Ist fast so, als setze man die Attacke ruckzuckieb ein. Ja. Was haben wir denn hier? Musiktheater. Dekoartikel plus Musik plus Tanz gleich Wonne pur. Okay. Ein gutes Zusammenspiel mit seinen Pokémon ist das A und O im Sport. Geh zum Sportstadion und zur Sporthalle, dann siehst du, was ich meine. Sportstadion, Fußball, Baseball und Football. Was haben wir hier? Sporthalle, Tennis und Basketball. Wo ist denn das Pokémon Center? In Rayono City kann man seine Pokémon so gut wie überall trainieren lassen. Okay. Ah, hier ist das Pokémon Center. Das war quasi ums Eck und wir sind dann vorbeigelaufen. Toll. Super, super. So, dann können wir jetzt mal wieder unsere Pokémon heilen. Wati inzwischen Level 25. Ich glaube, bei Wati mache ich eine Ausnahme 26, 27. Aber ich weiß schon, wie unser nächster Orden abgehen wird. Deswegen muss ich da wahrscheinlich so einen kleinen Einschnitt machen. Müsste ich mal gucken. So, da bist du ja endlich geworden. Ja, sind ich am Rennen und eine neue Medaille. So, kriegen wir eine neue Medaille. Was haben wir? Fehlgriff. Es wäre toll, wenn du noch mehr Medaillen sammeln könntest. 14 Tippmedaillen. Okay. Gut. Ich merke gerade, dass mein Magen so ein kleines bisschen streikt. Ich würde mal ganz kurz empfehlen, kurz aufs Klo zu gehen. Und dann bin ich gleich wieder. Ich versuche ganz kurz zu halten. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ah, jetzt musste ich mal ganz kurz für kurze Zeit aufs Klo. Ah, ich höre noch nicht das Spiel. Höre ich aber gleich. Für die, die sich das auf YouTube jetzt wahrscheinlich angucken, da wird diese Szene natürlich nicht drin sein. Ich werde das natürlich auch noch schneiden und alles. Sollte natürlich auch gekonnt sein. Heißt also nur, die auf Twitch werden diese kurze Pause hier mal so miterlebt haben. Boah, jetzt zieht das hier irgendwie so runter. Wegen meinem Unterhemd, ne? Ach, verdorri nochmal. Jetzt muss ich mal das Kabel hier suchen. Hoppala. Damit ich was höre. Sehr schön. So, ich musste gerade ganz kurz aufs Klo, sonst hätte ich in einer Viertelstunde oder so dann schon Feierabend gemacht. Damit kommen wir ja bis halb elf, wie immer, hier im Stream zumindest weitermachen. So, den haben wir angequatscht. So, man hört mich auch wieder. Alles passt, sehr gut. Ist auch jetzt immer das Erste, was ich mache. Das Mikrofon erstmal öffnen. Das muss auch sein. So, und dann wollen wir mal gucken. So, was haben wir denn hier? Auf Route 5 bin ich ihm begegnet, meinem Picochilla. Es war ein Schicksal. Ich werde hart arbeiten, damit es zum gefeierten Musicalstar wird. Okay. So, erstmal hier. Ich wollte nicht kaufen. Ich wollte verkaufen. Mann, Mann, Mann. So, was haben wir denn so alles? Nichts besonderes. Grünstück, Großlinse, Sternenstaub. Wie viel kriege ich denn dafür? 2000 Poké-Dollar. Ja, warum nicht, ne? Kurkur-Stück, Indigo-Stück, Pudersand. Wie viel kriege ich denn dafür? Oh, gar nichts. Achso, das ist Verstärkung für Bodenattacken. Okay, gut. So, alles andere ist irgendwie obsolet. Oder brauchen wir vielleicht oder so. Deswegen nein. Okay. So, dann wollen wir jetzt kaufen. Was wollen wir kaufen? Poké-Bälle. Wie viel habe ich davon noch? Kaufen wir mal drei Stück. So, Super-Bälle haben wir zwei. Kaufe ich acht. Haben wir insgesamt zehn. Wohl, weiß was, kaufen wir nochmal fünf Stück dazu. So, Tränke kaufen wir nicht mehr. Hier kaufe ich jetzt 16 Super-Tränke. Super-Tränke haben wir wie viel? Zwei Stück, die so gefunden wurden. Beleber kaufe ich drei Stück. 4.500. Und den ganzen Rest. Ich kaufe, glaube ich, einen. Da hat zwei Aufwecker jetzt noch dazu. Daher, dass wir uns in Rayono City befinden. Ja, gut, fünf Stück müssten erstmal reichen. Gut. So sind wir dann ausgestattet. Zumindest mal, um ein kleines bisschen mal in die Stadt uns mal umzugucken. Haus der Prüfung. Wie gut bist du wirklich als Trainer? Okay, gehen wir mal rein. What? Sieh an, du hast ja eine Kampfkamera. Mithilfe einer Kampfkamera kannst du Kämpfe gegen deine Freunde oder auch Kämpfe in der Kampfmetro aufzeichnen. Aber das hier ist, äh, aber hier ins Haus der Prüfung kommen nur die Stärksten der Starken. Wenn es dir gelingt, den Champ zu besiegen, bist du hier richtig. Dann bist du herzlich eingeladen und bekommst Zugang zum Haus der Prüfung. Okay, also da darf ich dann wohl noch nicht rein. So. Für Dreierkämpfe und drei Umkämpfe braucht man jeweils drei Pokémon. Tja, was soll ich also tun? Ich habe leider erst zwei Partner an meiner Seite. Ja, vielleicht mal den zweiten bis dritten Fang. Ne? Wenn man so als kleine Idee. Aber naja, ist ja nur eine Idee. Ein schillerndes Rockheim, da fehlen mir echt die Worte. Was? Du bist shiny? Herr damit. Schillernde Pokémon leuchten angeblich hell auf, wenn sie aus dem hohen Gras oder dergleichen hervorspringen. Okay. Wenn ein Pokémon, das dir sehr ans Herz gewachsen ist, sich entwickelt, beeinflusst das noch lange nicht seine Bindung zu dir. Du und dein Wati zum Beispiel. Ihr scheint auf einer Wellenlänge zu liegen. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Ja. Ich finde, Rayonu City strahlt beinahe so hell wie die Sonne. Ja, die Sonne. Passend dazu solltest du mir jetzt von mir das hier bekommen. Uh, ein Sonnenstein. Ich könnte gewisse Pokémon damit entwickeln. Ein Sonnenstein ist beim Schönen... Raumball zum Beispiel. Okay, gut. So, den haben wir hier. Es gibt verschiedene Arten, auf die sich Pokémon entwickeln können. Bei manchen setzt die Entwicklung ein, nachdem sie ein Level aufgestiegen sind oder wenn man ihnen ein bestimmtes Item zum Tragen gibt. Andere wiederum entwickeln sich per Tauschvorgang. Professor Asche kann dir das alles ganz genau sicher erklären. Das stimmt. Das kann sie mir erklären. Wenn ich sie mal persönlich sehe. Im Spiel natürlich. So, nehmen wir mal hier rein. Das ist das gleiche nochmal. Vor einigen Jahren habe ich mich in Rayonu City Lichter mehr zu Hause gefühlt, aber mittlerweile ist mir alles zu laut und zu grell geworden. Ob ich lieber aufs Land ziehen sollte, das würde meinen Pokémon gewiss auch sehr gut tun. Was ist das denn für ein Pokémon? Oh, ein Schallquab. Es soll auch Leute geben, denen von Team Plasma ihr Pokémon gestohlen wurde und die es bis jetzt noch nicht wiedergefunden haben. Oha. Der Wunderwerfer lädt dich im Kampf Stück für Stück auf und ermöglicht so den Einsatz diverser Items. Oh ne, Drahtloseübertragung. DS ist unwichtig. Nutzen wir nicht, können wir auch nicht nutzen. Schon gewusst, im Sportstadion werden regelmäßig zu festen Zeiten Baseball- und Footballbegegnungen ausgetragen. Okay. Na sowas, sieh mal eine an. Dein Wati scheint dich ja richtig gern zu haben. Das ist so rührend, da habe ich doch glatt etwas für dich. Eine Sanftglocke, okay. Gib einem Pokémon die Sanftglocke und es wird noch zutraulicher werden. Na gut. Also da hätte ich jetzt bis zu dem Zeitpunkt immer noch kein Lucario. Da hätte ich schon längst Riolo gegeben. Wenn dir der Sinn nach Tennis oder Basketball steht, dann begib dich doch einfach mal zur Sporthalle. Und ich sage nein, tut es mir nicht. Definitiv nein. So. Können wir nochmal hier zur, wo war das jetzt, wie hieß das, Kampfmetro gehen. Einsteigen und kämpfen. Oder wir können auch hier lang gehen. Hier ist ja der Vergnügungspark. Und hier ist außerdem auch die Arena von Reihe O. Ach, worüber wollte ich gleich bei meiner ersten Verabredung nur reden. Sogar im Vergnügungspark macht er nichts anderes, als in die Seiten zu hauen. Wunderbar, er lebt die Musik von ganzem Herzen. Ja, was haben wir hier? Oh. Du hast das Item Fundsache gefunden. Der fremde Visocaster klingelt. Wadi nimmt den Anruf an. Ähm, hallo? Ah, ja, das stimmt. Mir gehört dieser Visocaster. Ich rufe gerade mit meinem alten Gerät ohne Videofunktion an. Tut mir leid. Vielen Dank, dass du meinen Visocaster aufgehoben hast. Ich würde ihn sofort abholen, aber bei mir ist auf der Arbeit momentan sehr viel los und ich kann hier leider nicht weg. Wenn es dir nicht zu viel verlangt ist, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du meinen Visocaster eine Weile für mich aufbewahren konntest. Das macht dir nichts aus? Prima, vielen Dank. Ich heiße übrigens Sa... Sabine. Und du? Ah, Wadi, okay. Wenn es auf der Arbeit etwas ruhiger geworden ist, hole ich ihn gleich ab. Bis dahin hat mich sehr gefreut. Ach, und noch etwas. Bis ich mir meinen Visocaster abholen kann, sollten wir in Kontakt bleiben, damit du nicht denkst, ich hätte die Angelegenheit vergessen. Ich werde dich ab und zu anrufen. Also dann, bis bald. Weird. Ziemlich weird. Sehr weird. Absolut weird. Sowas von weird. Am besten gefällt mir an Achterbahn fahren, dass man aus voller Kehle schreien kann. Okay. Oh, ein Zurukeck. Ein Zurukeck. Oh, womit soll ich als erstes fahren? Mit der Achterbahn oder mit dem Riesenrad? Okay. Oh, diese Hitze... Diese Hitze jeden Tag macht mich ganz schön zu schaffen. Nanu, was hast du denn? Hast du dich verlaufen, obwohl dafür dürftest du ein bisschen zu alt sein, was? Bist du aus einem bestimmten Grund hier? Willst du vielleicht einen Pokémon-Kampf austragen? Och, warum nicht? Kämpfe sind ja eigentlich nicht so mein Metier. Ich kümmere mich lieber um die Pokémon, als sie gegen andere antreten zu lassen. Aber was soll's. Ich war gerade eh so ein wenig down. Da kommt mir so eine kleine Aufmutterung gerade recht. Oha, wenn ich sie also besiege, ist sie noch weiter deprimierend. Jetzt hier in Juno. Okay. Oh. Das ist nicht gut. Naja, gut. Level 24 zu 24. Ich wechsle mal auf Vokano. Ich hätte auch ja auf Navitauch wechseln können. Hätte ich. Tue ich aber nicht. Tue ich aber trotzdem. Käferbiss. Ist okay. Das ist nicht sehr effektiv. Zieht aber trotzdem. Elfkapp hier ab, ne? So, dann machen wir mal. Ach komm, machen wir mal Feuerzahn. Oh. Oha. Das greift hier so schön fleißig an. Flammenrad. Aber zack. Dann doch Flammenrad. Ja. Und weg. Dann haben wir das Vokano auch schon Level 25. Und bei Vati, glaube ich, ist nicht viel passiert. Genau. Was? Der Wahnsinn. Ja. Wow, deine Pokémon sind aber stark. Man sieht mit wie viel Liebe du sie trainiert hast. Ich arbeite übrigens im Kindergarten, wo wir uns um Pokémon und Kinder kümmern. Ich kann den Pokémon also ganz gut ansehen, wie sie sich fühlen. In letzter Zeit bin ich von meiner Arbeit allerdings oft so erschöpft, dass ich manchmal fast genug von den Pokémon habe, aber genug davon. Irgendwie muss es Schicksal gewesen sein, dass wir uns begegnet sind. Also lass uns doch etwas zusammen unternehmen. Na los, komm mit. Okay. Lädt mich einfach ein. Mensch, ist das schwül hier drin. Die Schütze ist fast zu viel des Guten. Meine Kleidung klebt förmlich an mir. Ich weiß nicht, dass ich in den Karten arbeite, wo wir uns viel beschäftigt, die Trainer und Pokémon kümmern. Manchmal kommt es vor, dass sich ein Pokémon beim Spielen ein klein wenig verletzt, weißt du? Aber dann, wenn der Trainer kommt, um es abzuholen, dann hört er gar nicht erst mal an, was passiert ist, sondern macht sich sofort Vorwürfe. Du sorgst dich ja um deine Pokémon und du bist anders. Sowas würdest du nie machen. Bei dir habe ich das Gefühl, dass diese Verbindung zwischen Trainern und ihrem Pokémon etwas ganz Tolles sein können. Das macht mich richtig glücklich. Vielen Dank für alles und mach's gut. Okay. Bleib trotzdem aber hier stehen. Oh, was ist das denn? Das ist neu. Ach, das ist die Pokémon-Arena jetzt. Okay. Das Funkeln, das Glitzern, das Leuchten, Modeschauen sind super. Okay, warum steht er davor? Oh, ein Herausforderer. Ich bedauere aber, die Arenaleiterin ist gerade nicht da. Ich weiß aber, wohin sie wollte. Nicht weit vom Eingang zu diesem Vergnügungspart steht ein Haus, in dem es eine Achterbahn geht. Dort müsstest du sie finden. Okay. Wer bist du? Zum Make-up eines Clowns gehören aufgemalte Tränen. Glückwunsch. Oh, guck mal, ein Riesen-Nein-Ohr-Doch. Und ein paar Heile habe ich gefunden. Guck mal, jetzt haben wir sechs Stück. Und da ist ein Nein-Ohr-Doch. Oh, 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 oh. Du hast die einmalige Chance verpasst, einen leibhaften Fernsehstar aus der Nähe zu sehen. Der berühmte Star aus dem Unterhaltungsprogramm war nämlich hier im Vergnügungspark. Die haben eine Reportage gedreht und ich konnte meinen Idol aus nächster Nähe sehen, wie er sich via Visocaster mit jemandem unterhielt. Du hättest mal sein Lächeln sehen sollen. Einfach unbeschreiblich. Wait a minute. Der Visocaster? Okay. Doch, oh, doch. Nein, oh, doch. Nein, oh, doch. Nein, oh, doch. Wer kennt Neu-Loi-Definet, hä? Ne Menge. Du bist neu. Achso, nee, du bist nicht neu. Okay. Die strahlende Achterbahn war früher mal die Pokémon Arena von Rionno City. Ach. Deswegen bin ich hier, habe ich so ausgewichen, ne? Zunächst einmal steigst du in den Wagen und auf der Plattform, auf Plattform, stellst du dann die Weichen um. Manchmal steigst du, ähm, ähm, äh, auch in den Wagen eines besiegten Gegners und fährst weiter Stück für Stück, näherst du die Fernsehne im Ziel. Okay. Okay. Ui! Äh, ja. Hey. Camilla ist die Beste. Normalerweise würde, würde man ja nur renovieren. Doch sie hat gleich einen ganz, eine neue Arena gebaut. Also, Camilla ist echt die Beste. Du hast die Weiche umgestellt. Die Achterbahn fährt jetzt eine andere Route. Okay, ja, wo ist sie jetzt? Hier, komm. Zack. Okay. So. Schneller, immer schneller. Da kommt ja, äh, Stimmung auf. Okay. Stell ich mal hier die Weiche um. Oh. Und? Hat dir die Achterbahnfahrt Spaß gemacht? Durch die Achterbahnfahrt bin ich noch schneller geworden. Ich überrolle dich. Okay. Wer ist das? Oh, ein Schnösel. Ja, gut. Okay. Oh, ne, Le Zebra. Ja, gut. Elektro gegen Elektro. Ich könnte auch, äh, Fokano würde ich schon sagen, Lucario einsetzen. Aber, ich bleib jetzt erstmal bei Wati. Ich glaub, der Tackle wird nicht viel bringen. Oh doch, ne Menge. Dann soll Wati weiterkämpfen. Und jetzt hast du die Statik abbekommen, Elizeber. Als Elektro-Pokémon. Was auch ein bisschen ulkig ist, aber normal. So. Sehr gut gemacht, Wati. So. Dieser Kampf war ungelogen. Ja. Bla, bla, bla. Dein Kampfstil ist elegant und schön. Ja. Jetzt lass mich fahren. Wo ist der Scheiß? Ja. Ist da jemand noch drin? Nein, niemand mehr. Sehr gut. So. Whee. Und weiter geht's. Aussteigen. So. Klicken wir mal gleich hier direkt drauf. So. Wahrscheinlich kommt da noch jemand raus. Oh. Eine Schnöselin oder was? Tja, diese Achterbahnfahrt steuert langsam auf das große Finale zu. Ich wurde von Camilla ausgebildet. So leicht besiegst du mich nicht. Ich will doch noch gar nicht den Orden machen. Lady Colette. Oh. Fällt mir gerade ein, wir könnten auch mal im Livestream mal wieder Tales of Symphonia spielen, ne? Lol. Die hatten Vati so wie ich. Na, warum setze ich Donnershock ein? Bringt ja null. Na, Ladevorgang. Ah, Spezialverteidigung steigt, gefällt mir nicht. Machen wir mal Tackle. Ja. Ah. Jau. Jetzt hast du auch Statik abgekriegt. Aber ich mach mal folgendes. Ähm. Das ist mir zu riskant. Wo ist Lucario? So. Oh, Baumwollsaat. Okay. Okay. Singt, glaube ich. Ach ja, die Initiative. So war das. Aber ich glaube, Lucario ist immer noch schneller. Genau. Deswegen gibt es jetzt erstmal den Schaufler. So. Bam. Und Tschüsskowski. So. Ist es dir tatsächlich gelungen? Ja, ja. Bla, bla, bla. Es ist mir vieles gelungen. So. Jetzt darf ich aber erstmal hier ein paar Heiler einsetzen, den ich gefunden habe. Verdammt. Ah. Alles gut. Wir haben ja noch fünf Stück. Dann würde ich jetzt auch noch einen Supertrank einsetzen. 20 Stück haben wir. Passt ja alles. So. Aber glaubt man nicht, dass ich noch den Orden hier machen werde. Ich denke mal, wir werden heute mal auch ein bisschen früher Feierabend machen. Wow. Ist sie das? Nanu, suchst du etwa die Arenaleiterin? Du hast leider Pech. Sie ist geradezu arenalos, um ihren Dienst anzutreten. Hier, das gebe ich dir als Andenken. Wow. Einen verbraucht, einen wiederbekommen. Die Arenaleiterin liebt es, mit der Achterbahn zu fahren. Lol. So. Komm her. Dann fahren wir jetzt mit dem... Hallo. Nur mit dem Fahren. So. Zack, wieder zurück. So. Damit haben wir sie hier leider verpasst. Dann gehen wir jetzt aber erst mal ins Pokémon Center. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass wir heute den Orden machen werden. Nee, nee, nee. Den werden wir heute nicht machen. Dann werde ich heute eher früher Feierabend machen. Und eventuellerweise werden wir dann in zwei Wochen es mal mit dem Orden probieren. Wäre, glaube ich, sagen wir mal eine bessere Möglichkeit, als jetzt nochmal den... Also jetzt wirklich den Orden zu machen. Weil ich denke, da muss noch ein bisschen trainiert werden. Zwei, drei Pokémon müssen noch auf 25. Und ich finde dann mal, es sollte nicht gemacht werden. Ich will mal einfach mal in die Arenale reinlunzen. Gleich erwischen wir sie auch gleich gerade. Ah, guck mal. Schon direkt offen. Mal gucken, wie die Arena jetzt gestaltet ist. Oha. Das ist nur ein Mo... Hä? Na, da staunst du was? Diese Arena bietet ideale Bühne für eine Modenschau, die ihresgleichen sucht. Nun ja, das hier ist erst mal für dich. Ah, ich krieg wieder ein Tafelwasser. In dieser Arena wirst du gegen die Models antreten, die dich auf der Bühne bereits erwarten. Besiegst du sie, näherst du dich so nach und nach der Arenaleiterin. Übrigens, Elektropokémon sind anfällig gegen Bodenattacken. Oh, aber Vorsicht, Boote, Attacken zeigen meistens keine Wirkung gegen ein Pokémon namens Emolga. Wä? Ich hasse dieses Pokémon. Emolga. Wä? Für fliegende Ratte. So. Äh, ja Willkommen in Arena von Rayono City Trainer und ihre Pokémon präsentieren uns eine spektakuläre Mischung aus Pokémon-Kämpfen und einer Modenschau Ja Schönheit Ach guck mal, ein Tesla auf zwei Beinen Leckes Ja 27, das kann ich erstmal direkt vergessen Da müssen sie erstmal alle auf 26, 97 Ich schätze mal so knapp 30 Da werden wir trainieren nächstes Mal Und zack, die Donnerwelle Das heißt, wir werden dann mal ein Stückchen weiter gehen müssen Na gut, Schaufler Probieren wir es Bei Vati kann ich hier nicht trainieren Es kann halt nur Donnerschock und Donnerwelle als gute Attacken Bam So 316 XP Vati kriege ich da Vati 25 Elektroball Wow Endlich mal eine Attacke, wo ich sage Geht doch Aber gut, können wir hier Vergessen Ne Jetzt kommt Vati Wir probieren es mal mit Vakano Mal gucken, wie es da ausschaut Ich hoffe jetzt nicht, dass ich die Kämpfe alle nacheinander machen muss, sondern Sondern kann halt auch jederzeit abbrechen Sonst wird es mir ein bisschen ungemütlich Nochmal Flammenrad Aber ich glaube, das sorgt auch für Statik Ne Aua Feuerzahn könnte für Statik sorgen Ja Hat für Statik gesorgt Oh, da kommt der Elektroball Sehen wir gleich mal, wie stark der ist Ordentlich So Problem ist halt nur Ich habe nur Vakano und Lucario Um hier gegen den Orden anzutreten Also Da muss ein ordentliches Training hin So Lucario schon mal 26 So Kann ich bitte wieder gehen? Kann ich gehen? Danke Gott sei Dank Gut Dann weiß ich Eins, zwei Level müssten noch trainiert werden Aber damit würde ich dann halt auch wirklich das nächste Mal anfangen Also würde ich jetzt schon, glaube ich, Feierabend machen Ne Wäre dann so die Idee Jetzt schon dann Schluss zu machen Für heute Und dann machen wir in 14 Tagen halt live auf Twitch weiter Und für die, die dann Auf YouTube das Ganze gucken Dann müsst ihr dann auch zwei Wochen warten Ne Außer ich überlege mir vielleicht mal spontan mal irgendwie die Kiste anzumachen Und Dann live zu zocken Weil jetzt, wie gesagt Ich würde jetzt nicht mit dem Training beginnen Sondern nächste Woche Mit dem Training beginnen Und dann schauen wir mal weiter Ich würde dann auch erst Vati auf Level 27 bringen Um dann erstmal mit Vati abzuschließen Und dann in der nächsten Woche Unter anderem Hoppala In der nächsten In der nächsten Woche Äh Nächsten Woche In der übernächsten Woche dann Ähm Oder beziehungsweise würde ich dann so machen Und dann beim nächsten Mal Wie gesagt Ähm Die Ähm Die anderen Pokémon dann zu trainieren Vor allem Lucario und Fucano So wie wir es ja jetzt Entsprechend gelernt haben So Okay Das ist dann das Und Damit Sind wir am Ende Mit dem heutigen Streamerino Ähm Für diese Für diesen Mittwoch Ist ja jetzt erst der erste Für diese Woche Und Sehen uns dann Nicht so Wollte ich schon wieder sagen Ja genau Eine Woche ist Stream ich jetzt nur noch Nein Äh Sehen uns dann Ähm 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 Morgen wieder Morgen früh Genauer gesagt In Nicht mal mehr zwölf Stunden Und Dann gibt es die Morningshow Meine Lieben Und Wer gerne mit dabei sein möchte Der kann gerne mit dabei sein Sonst Wünsche ich euch noch Eine gute Nacht Und Wir sehen uns dann Ähm Ähm Morgen wieder Wenn nicht morgen Dann Eventuellerweise Ähm Am Freitagabend wieder Mit Ähm Update Und dann werden wir mal Nach langer Zeit Wieder ein bisschen Durch Europa düsen ETS 2 steht dann nämlich Auf dem Programm Worüber ich mich auch dann mal Riesig freuen würde Und Ähm Ja Machen wir das dann mal So Ich würde dann nämlich jetzt Ich wüsste nämlich dann auch schon Wohin wir Raiden werden Uns dann nämlich zu Äh Zu Lorenzos Island Der ja auch öfters mal hier Im Chat war Deswegen Ähm Raiden wir mal zu ihm Ich Wünsche euch jetzt noch Einen schönen Abend Wir sehen uns dann Morgen früh um 9 Oder Ähm Übermorgen Abend Also am Freitag Um 19.50 Uhr wieder Derweil Dankeschön fürs Zuschauen Bis Morgen Oder Bis übermorgen Und bis dahin Bleibt gesund Bleibt anständig Und Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal